Wir haben das alle mitbekommen, die Hitze ist bei uns in Deutschland zurück, insbesondere in Süddeutschland. Und dort hält sie auch noch eine Weile an, wird sie sogar noch steigern zu Beginn der nächsten Woche. Und dann erleben wir auch den Höhepunkt mit über 35 Grad. Das hier ist die Wettersituation übrigens vom Samstag. Vielleicht habt ihr es ja schon mitbekommen, im Laufe des Tages hat es sich aus Westen zugezogen und dann folgen weitere Gewitter in der Nacht zu Sonntag, gerade nach Norden. Aber danach, wenn das tief durchgezogen ist, baut sich wieder mehr hoher Luftdruck auf von der Ukraine über Ungarn, Österreich bis runter nach Spanien. Und dann werden wir so richtig die heiße Luft anzapfen. Heute Nacht lässt aber erst einmal der Wasserhahn, sprichwörtlich das Wasser, laufen und zwar im Nordosten. Da sind noch schauerartige Regenfälle unterwegs, lokal mit Blitz und Donner. Ansonsten bildet sich auch teilweise nach Westen Nebel aus und im Süden funkeln die Sterne. Die Temperaturen, die sind aber teilweise tropisch mit nicht einmal unter 20 Grad in der Osthälfte. Kühler ist es im Nordwesten. Der Sonntag bringt uns dann nach Nebelauflösung im Norden einen Mix aus Sonnenschein und Wolken. Im Süden gibt es besonders viel Sonnenschein. Gewitter sind, wenn dann mal überhaupt, über den Mittelgebirgen aufzufinden am Nachmittag. In der Südhälfte werden es bis zu 35 Grad. Weiter im Norden sind das angenehme 20er-Werte. Und die neue Woche startet dann wieder mit 35 Grad und ganz viel Sonne im Süden. Bisschen kühler und ein paar mehr Wolken gibt es im Norden. Und genauso geht es dann auch am Dienstag weiter. Dann bekommen wir sogar bis zu 36 Grad. Bis zum nächsten Mal.